Morgen findet das Testspiel zwischen Frankreich und Deutschland statt und aus diesem Grund werfen wir jetzt in diesem Video mal einen Blick darauf, wie denn die deutsche Nationalmannschaft in diesem Testspiel auflaufen könnte. Im Tor können wir ganz stark mit Marc-André Terzthegen rechnen, Manuel Neuer musste ja verletzungsbedingt abreisen und das ist dann die Chance für Terzthegen sich vielleicht nochmal ins Schaufenster zu stellen. Was zwar nicht sehr wahrscheinlich ist, weil Manuel Neuer gesetzt sein wird, aber noch ist ein bisschen Zeit und wie oft ist im Fußball schon etwas zu 100% fix. In der Innenverteidigung Antonio Rüdiger und Jonathan Thar. Jonathan Thar hat sich seinen Platz natürlich verdient aufgrund der guten Leistungen bei Bayer Leverkusen und bei Rüdiger, da haben wir natürlich die große Kontroverse. Es gibt viele, die gegen ihn sind, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, einfach deswegen, weil er bei der deutschen Nationalmannschaft sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Trotzdem wird man höchstwahrscheinlich auf ihn setzen als Abwehrchef, einfach deswegen, weil er vielleicht auch das Bindeglied zu Toni Kroos sein kann. Vielleicht funktioniert die Kombi ja insgesamt hinterher doch besser als man denkt. Ich persönlich sage euch ehrlich, dass ich hier eher mit Waldemar Anton gehen würde. Aber was diese Aufstellung angeht, da geht es ja jetzt nicht primär um meine persönliche Meinung bzw. Einschätzung, sondern eher darum, was ich glaube, wen Nagelsmann hier am ehesten einsetzen wird. Und das ist eben Rüdiger neben Thar. Rechtsverteidiger Joshua Kimmich. Hier hoffe ich einfach nur, dass Kimmich nicht zu viele Freiheiten bekommt und sich einfach zu 100% in den Dienst der Mannschaft stellt. Ansonsten wäre ich hier tatsächlich eher Fan von Benjamin Henrichs. Aber ich denke, Kimmich, wenn man seine Qualitäten auf dem Platz bekommt und er nicht zu viel alleine machen möchte, dann kann das hier richtig gut funktionieren. Auf der anderen Seite links Maximilian Mittelstädt. Für mich aktuell der beste Linksverteidiger in der Bundesliga. Ja, es ist sein erstes wirklich richtig gutes Jahr. Aber so wie er momentan in Form ist, muss er hier gesetzt sein. Und ich rechne auch ganz fest damit, dass er hier seine Chance bekommen wird. Im zentralen Mittelfeld stellt sich nicht die Frage, ob Kroos spielen wird, sondern wer neben Kroos spielen wird. Und da wird es meiner Einschätzung nach auf Robert Andrich oder Pascal Groß hinauslaufen. Robert Andrich wäre jetzt mein persönlicher Kandidat. Einfach deswegen, weil ich ihn als sehr starken Abräumer sehe, der mir auch bei Leverkusen richtig gut gefallen hat. Und wo ich mir auch vorstellen kann, dass er in diese Mannschaft perfekt reinpasst. Einfach weil Deutschland genau diesen Spielertyp braucht. Und genau dieser Spielertyp hat auch das ein oder andere Mal gefehlt. Pascal Groß wäre die erste Alternative. Wie gesagt, ich glaube einer von beiden wird hier wahrscheinlich neben Toni Kroos auch spielen. Pascal Groß hat sich ja auch sehr stark präsentiert in den Spielen, die er bereits ran durfte. In der Nationalmannschaft war er wirklich gut. Von daher ist es auch möglich, dass Groß hier vor Andrich den Vorzug erhält. Aber das sehen wir dann. Im offensiven Mittelfeld rechne ich mit Ilkay Gündogan. Was einfach daran liegt, dass er der Kapitän dieser Mannschaft ist. Da hoffe ich einfach, dass es hinten heraus nicht zu einem Problem wird. Ja, Gündogan ist ein genialer Fußballer. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber in der Nationalmannschaft, da waren seine Leistungen auch das ein oder andere Mal durchwachsen. Sodass ich echt gespannt bin, was passiert, wenn Leroy Sané wieder mit dabei ist und vor der EM nochmal so richtig in Fahrt kommt. Denn ich weiß nicht, ob ich einen Wirz oder Musiela auf die Bank setzen würde, nur damit Gündogan spielen kann. Und gleichzeitig ist halt auch das Problem, dass Groß Gündogan, das wäre jetzt keine Doppel-Sechs, auf die ich setzen würde. Und wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das gemeinsam matcht. Die beiden haben einfach ein zu ähnliches Profil. Und das könnte zu einem großen Problem führen. Aber das Thema würde ich dann eher vertiefen, wenn es soweit wäre. Ja, Musiela bei mir auf links. Er hat sich ja zuletzt wieder sehr formstark präsentiert. Viele Assists geliefert. Auch wieder Tore geschossen. Lässt Spieler reihenweise stehen. Und wenn er diese Effizienz jetzt mit in die Nationalmannschaft trägt, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, dass das hier ein absoluter Unterschiedsspieler ist. Genau dasselbe gilt auch für Florian Wirz, der ja schon die gesamte Saison über richtig stark performt. Mit ihm rechne ich auf der rechten Seite. Und im Sturm sieht es danach aus, dass es entweder Kai Havertz oder Niklas Füllkrug werden wird. Nuggetsmann hat ja aktuell eine Trainingsgruppe, wo man so ein bisschen raussehen kann, wer denn in der Startformation stehen könnte. Und da sieht es tatsächlich eher nach Kai Havertz aus, der ja zuletzt auch in der Premier League stark performt hat. Das muss man auch mal sagen. Also alle, die jetzt gerade gegen Havertz sind, unterschätzt ihn mal nicht. Der kommt gerade wieder richtig gut in Form. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass Füllkrug hier den Vorzug bekommt. Einfach weil Füllkrug in der Nationalmannschaft eine hervorragende Quote hat. Und bei den Mitspielern, die er hier hat, auch deutlich besser in gute Positionen kommt. Und auch als Wandspieler extrem wichtig sein kann. Was diese Qualitäten angeht, da sehe ich ihn einfach weit vor einem Havertz, der was das Sturmzentrum angeht in der Nationalmannschaft bisher, wenn dann, eher enttäuscht hat. Darüber hinaus hat Füllkrug ja auch beim BVB eine, wie ich finde, sehr solide Quote dafür. Gemessen daran, dass der BVB oft ein sehr biederes Spiel abliefert. Aber man kann ja wie gesagt durchaus auch mit Havertz rechnen. Die Trainingsgruppen deuten das so ein bisschen an. Und wer weiß, vielleicht würde man dann hier sogar auch positiv überrascht werden. Alles in allem würde ich aber sagen, dass wir ungefähr mit dem rechnen können, was wir hier gerade sehen. In einem 4-2-3-1. Ich glaube nicht, dass Nuggets man nochmal auf eine Dreierkette zurückgreifen wird. Ab jetzt wird es keine großartigen Experimente mehr geben. Das würde mich dann doch schon sehr wundern. Ich meine, man hat ja schon dieses große Experiment, dass man so viele Spieler neu nominiert hat. Ob man das jetzt gemacht hat, weil man diese wirklich mitnehmen möchte. Ob man da jetzt wirklich den Plan verfolgt. Wer ist Stammspieler? Wer ist ein guter Ergänzungsspieler? Oder ob man damit einfach nur dem einen oder anderen einen Denkzettel verpassen möchte, damit dieser sich nochmal besonders reinhängt. Das sehen wir dann. Aber gut, an der Stelle würde ich jetzt zunächst mal an euch weitergeben. Was denkt ihr? Wie wird Nagelsmann gegen Frankreich aufstellen? Beziehungsweise wie würdet ihr vielleicht aufstellen? Auch das würde mich sehr interessieren. Genauso wie Ergroß oder Andrich? Füllkrug oder Havert? Beziehungsweise vielleicht sogar Dennis Undaff? Schreibt mir da gerne mal eure Meinungen in die Kommentare. Ansonsten habe ich euch wie immer auch meine neuesten Videos in der Endcard verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da. Und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser und bleibt am Ball.